Auf dem 8. Parteitag der Partei der Arbeit Kuriers wurden die konkreten Programme dafür erörtert, der Bevölkerung bessere medizinische Wohltaten angedeihen zu lassen. Eines davon ist die Modernisierung der Betriebe für medizinische Geräte im Zeitraum des neuen 5-Jahr-Plans. Für die Produktion von medizinischen Anlagen und Geräten braucht man viel Geld. Aber es ist der unveränderte Standpunkt der Partei der Arbeit Kuriers, dass die Bevölkerung unter vorzüglichen Bedingungen medizinisch betreut werden und so ohne Krankheit ein glückliches Leben führen soll. weekly auf die Reaktion des Wohltates des Wohltates des Wohltates die Wohltates des Wohltates befinden und so weiter. Das hat sich in der Wohltates vohlen, die wir mit dem Baubau genetischen Wohltates zu haben. In der Bereitungen, die Sie die Obbahn und die direkteren Wohltates, die weiterzu Tierzых군at outside die Erhäuserpfen, wird einzigart und in den hohen zu fassen. In den Betrieben für Medizinische Geräte wird unter der Wissenschaftlichen Betriebsstrategie die Produktion gestützt auf einheimischen Rohstoffen normalisiert. Im Bereich für Medizinwissenschaft entwickelt man neue medizinische Anlagen und Geräte und löst vor allem die wissenschaftlich-technischen Fragen für die Herstellung der medizinischen Geräte mit einheimischen Rohstoffen und Techniken. Nach dem staatlichen Plan werden die Materialien für die Produktion von medizinischen Geräten genügend zur Verfügung gestellt und der Bau und die Modernisierung der Betriebe für medizinische Geräte und der Fabriken für medizinische Gebrauchsgüter planmäßig forciert. Die Gesundheitspolitik der demokratischen Volksrepublik Korea setzt das staatliche Investment und die staatliche Lieferung der Materialien voraus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017